Happy Birthday Savan Ahmed, Happy Birthday Lal Shant, Happy Birthday Mukesh Yadav, Happy Birthday Emdi Shadyat, Happy Birthday Bichrish Kumar, Happy Birthday Akka Famafi, Happy Birthday Soan Nui Nak, Happy Birthday Malik Shahbaz, Happy Birthday Niran Pegu, Happy Birthday Chief Kumar. Ich spiele heute mal wieder Kreativ Modus, viel Spaß. Okay, da haben wir den Hubbard Towns Point, äh, Point Scrub. Also, wieder Waffen schnappen und schauen, wer jetzt erste 20 Kills hat. Paarmal habe ich da drin schon gewonnen, aber letztes Mal irgendwie nur noch verloren. schon mal kaufen und los geht's. Da hinten wird geschossen. So, einen Kill habe ich schon. Auf Platz 6 bin ich. Boah, ich trenne einfach nicht. Aber ich kann mir schon mal was kaufen. Ne, ist jetzt etwas. Boah, was nehme ich hin da? Die MP5 ist ganz gut. Ach, so viel geht, habe ich gar nicht. 1900 nur. Hm. Maxim. Kann ich mir noch was kaufen? Ich werde wahrscheinlich so nicht benutzen. Naja. Das ging ein bisschen schnell, oder nicht? MP5, jetzt aber. Okay, jetzt habe ich sie noch. Ah, muss ich mal auf die Tastatur schauen. Ich merke mir nicht, wo die Knöppel sind. Okay. Ja, 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 klar. So, jetzt, äh. Oh, die P90. Ach, Mensch. F1. Nochmal P90. Ey. Ich lose wieder? Hier. Kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Oh. 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 Das war's. 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 Ah. Das war's. 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 Das war's.